Und da sind wir wieder zurück zu Resident Evil Zero. Wir legen das jetzt ab. Und das nehmen wir mit. Wir sind jetzt voll ausgerüstet. Leider brauchen wir nichts mehr. Ich glaube nicht, dass wir den Raum dann noch einmal sehen werden. Jetzt müssen wir da wieder alles zurücklaufen. Wie viele Hellungen wir gehabt haben. Eigentlich schon extrem. Falsch. Da. Ich überlege auch, ob ich nicht die Schrottflinte sogar der Rebecca jetzt gibt, dass der Billy die ganzen schweren Waffen hat. Also den Magnum und den Granatenwerfer. Okay. 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 Da sind wir auf Frames, auf Frames. Oh ja, Frame Rate Drop haben wir da. Wir gehen jetzt immer runter, ich weiß auch nicht warum. Komisch. Komisch. Blau Chemikale. Jetzt ist es mir wieder eingefallen, die müssen wir auch noch finden. Vielleicht ist die hinten, wer weiß. Aber wir werden sie noch finden. Oh Gott. Unglaublich. Er muss mich noch beißen, er muss es noch tun. Sonst ist das Spiel nicht zufrieden. Was euch zu her, mache ich jetzt auch kaputt. Kein Bock mehr auf euch. So, Billy, da bin ich wieder. Da schaust, ha? Puh, drei Sehschüsse. Die vier Schüsse verschieße ich jetzt noch. Habe ich eine Heilung dabei? Gar keine. Nehme ich dennoch mit ihr eine mit? Wenn nicht, es ist noch genug da. Ich schaufe. Töne. Komm, Frau, schließ mal, das schläge ich mich nicht. Das kommt auch nicht, das ist ein Gefraß. Aber ich werde einen erwischen, ganz sicher. Ganz sicher. Ach so, ja, ich muss ja... Ich muss ja wem opfern, der rüberfahrt. Ich schicke sie rüber, die Rebecca. Aber da kommt sicher noch ein Frosch. Zwei grüne Gräuter. Das darf nicht klar sein. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich. Und tschüss, Rebecca. Und tschau. Da hätte sich locker der Billy noch anhalten können und mit. Du wolltest nur nicht, du Schlingel. Cool. Das war's für mich. 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 Und die Flüster. Der Schwefelsäure. Flustriewasser Batteriesäure, sehr gut Die Tode aufgeschlossen, ist das jetzt ein schneller Durchgang irgendwo? Ah jo, genau Da haben wir jetzt einen Shortcut Falls wir doch rüber müssen Dann gehe ich aber jetzt, bevor ich da runtergehe Den Knopf drücken Da ist ein Hebel für die Schleuse Hebel umlegen Ja Stimmt, jetzt kann der Billy wahrscheinlich durch Treppe ist hin Sie müssen einen anderen Weg nach unten finden Die Gondel ist angekommen Kann sein, dass ich jetzt von hinten den Weg gehen muss Zwei Schüsse habe ich noch, das muss ich mir merken Leider Batterie Sie ist von einer Seite verschlossen Okay 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 Oh Das ist hinten Oh, Mann. Alles zurücklaufen. Alles zurücklaufen. Yes. So. Wieder ein Platz frei. Kann ich Heilkräuter am Weg mitnehmen. Aber ich glaube, das wird nichts mehr. Ich glaube, das ist ein Platz. Ja, genau. Ich nehme halt das mit. Hat der Billy auch noch was? Das heißt, ich kann nicht mehr, wo er steht, der Billy. Ja. 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 Jetzt würde ich sagen, nehmen wir noch ein letztes Mal die Schrotflinte. Dann schmeiß ich die auch weg. Fertig. Dann schmeiß ich die Kippstamm. 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 Dann schmeiß ich mich mit deiner Zunge. Dann schmeiß ich die Kippstamm. 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 Ab counten nehmen wir auf Society-Koppzug, die wir in einem Beamten auf dem eingeladen haben. Zombies? Die Tür wurde aufgeschlossen. Mal schauen, wo wir guys herauskommen. Drinsπεxt4 Wahrscheinlich oben im Labor. Ja, genau. Oder unten halt im Labor. In diesem Fall. Oben auf dem Rackeredet, Mt's steht etwas, Rebecca hochheben. Ja. Jetzt habe ich erst gepusht. Jetzt übersprang ich das aber. Das gab's, ich fürchte mich vor euch. So. So, genau. Dann... Darüber. Ein Wirrwarr. Würstelmann wär's halt noch, wenigstens einer noch zum Abschied. Genau, bin am richtigen Weg. Da kommt, glaube ich, noch ein Frosch. Ja, da ist Platz für eine Patrie. Ich weiß, die haben wir. Der Gabelschraubler sieht einsatzbereit aus. Nein, nicht drücken. Den Aufzugsschalter. Aufzugsschalter drücken, jetzt ja. Aber jetzt, Frosch. Nicht einmal, Frosch. Nicht einmal, Frosch. Jetzt muss ich aber leider abspeichern gehen. Weil jetzt habe ich schon so einen hohen Fortschritt. Jetzt will ich ihn nicht unbedingt verrennen. Und da muss noch ein Fahrbahn liegen. Sonst muss ich ganz zurück. Aber das schneide ich dann raus. Das tue ich euch dann nicht mehr an. Jetzt sind wir in jedem Bad hin und her und hin und her gelaufen. Da weiß ich, da war keines mehr. Das habe ich mitgenommen. Naja, so viel Scheiß drauf. Nein. Nein, nein, nein. Das ist falsch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da noch ein Fahrbahn war. Wir fahre ich jetzt nochmal da rauf und hin rüber. In den einen Speicherraum. Ich kann mich schon immer sehen. Verlust. Dann gehen wir durch diese Tür. Ich muss den Speicherraum ja suchen gehen. So ekelhaft. Scheiß Husten. Aber da. Da muss er jetzt sein. Ja, Verbänder. Sehr gut. Passt, dann sehen wir uns dann gleich. Im wahrscheinlich letzten Part. Bis dann. Euer Slavos. Tschüss. Dankeschön.